Egal ob bei dem Bewerbungsgespräch oder einer wichtigen Präsentation, gerade in Stresssituationen ist es unglaublich wichtig, gelassen bleiben zu können und deswegen werde ich hier in diesem Video eine uralte Formel mitgeben, wie du immer in jeder Stresssituation gelassen bleiben kannst. Viel Spaß damit und viel kommunikativen Erfolg. Herzlich willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier. Freut mich, dass du dabei bist, denn im heutigen Video werden wir uns mal eine der meines Erachtens wichtigsten und besten Lebensratschläge und Weisheiten aus dem alten Griechenland von den Stoikern ansehen, die meines Erachtens eine unglaublich gute und praktisch anwendbare Lebensphilosophie haben und von denen wir hier auch in der heutigen Zeit, gerade im hektischen Alltag und in Stresssituationen, sehr vieles lernen können. Übrigens, das heutige Videothema wurde ausgesucht von den Instagram-Followern. Ich habe mich dazu entschieden, auch mal mehr auf Instagram zu machen, gerade bei den Storys, also falls du mir da noch nicht folgst, kannst du gerne mal in der Videobeschreibung nachschauen. Dort ist mein Profil verlinkt und da wird es dann immer mal wieder Behind-the-Scenes der Redefabrik geben, vielleicht Umfragen und vor allem natürlich Kommunikationstipps für den Alltag, vielleicht auch das ein oder andere Zitat oder interessante Stellen aus Büchern, die ich gerade lese. Falls du also Interesse daran hast, dann schau gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Ist natürlich dort verlinkt, genau wie die Buchempfehlung, wie immer. Die Buchempfehlung ist heute ein Buch, das ich jedem ans Herz legen kann, und zwar Der tägliche Stoiker von Ryan Holiday mit 366 Tagesimpulsen und Zitaten von den alten Stoikern, übersetzt und angewandt für den heutigen Alltag. Also wirklich ein unglaublich gutes Buch mit sehr tiefgehenden und sehr hilfreichen, alltagsnahen, praxisnahen Zitaten und Impulsen für den Alltag von den alten Stoikern. Sehr, sehr empfehlenswert. Zusätzlich gibt es dazu auch noch das Tagebuch, das habe ich mir auch geholt. Das andere Buch empfehle ich euch vor allem, falls ihr noch etwas tiefer quasi in diese Selbstreflexion gehen wollt, dann kann ich euch auch dieses Tagebuch empfehlen. Da gibt es jeden Tag so eine zusätzliche Frage, um einfach nochmal diesen Gedanken auch für sich nochmal niederzuschreiben. Also sehr, sehr spannend. Die beiden Bücher sind wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kommen wir nun zur großen Grundphilosophie hinter dem Stoizismus. Und diese kann dir unglaublich viel Gelassenheit geben, gerade wenn du sie so radikal durchdenkst, wie die Stoiker es gemacht haben. Und zwar, die große Grundphilosophie lautet, kontrolliere und verändere das, was du kontrollieren kannst und akzeptiere das, was du nicht verändern kannst. Wirkt im ersten Moment einleuchtend, aber auch relativ banal. Wenn man es aber wirklich so radikal durchführt, wie die Stoiker es machen, dann wird es dir in allen Bereichen deines Lebens eine unendliche Gelassenheit geben. Warum ist das so? Also, die Stoiker sagen, dass du im Endeffekt nichts kontrollieren kannst in deinem Leben, was im Außen passiert. Nichts. Du kannst nicht kontrollieren, wie viele Leute für dich klatschen nach einer Präsentation, wie gut deine Note in der Klausur wird. Du kannst nicht mehr kontrollieren, ob du morgen überhaupt noch am Leben sein wirst. Es kann sein, dass du heute auf die Straße gehst, von einem Auto überfahren wirst und dass morgen dein Leben oder heute dein Leben schon zu Ende ist. Im Außen kannst du nichts kontrollieren. Du kannst auch nicht kontrollieren, ob die Bahn pünktlich kommt oder ob sie zu spät kommt. Diese ganzen äußeren Faktoren, die kannst du nicht kontrollieren. Das ist im ersten Moment eine augenöffnende, aber auch ein bisschen deprimierende Vorstellung, weil genau das wollen wir doch. Wir wollen eine gute Note. Wir wollen, dass andere Leute vielleicht bei einer Präsentation sie gut finden. Im Endeffekt können wir aber nie kontrollieren, was andere Leute machen und was die äußeren Umstände machen, wie das Wetter wird, wie dem auch sei. Das können wir nicht verändern. Aber trotzdem ist der Stoizismus keine deprimierende Grundhaltung und Philosophie, sondern eine sehr proaktive, eine sehr initiative, eine sehr aktive Vorstellung, wie man das Leben am besten leben kann. Denn das, was wir kontrollieren können, sind im Endeffekt drei Dinge. Erstens unsere Gefühle, das ist das, bei dem die meisten Leute wahrscheinlich sagen werden, genau das kann ich am wenigsten kontrollieren, aber das können wir kontrollieren. Denn die Gefühle kommen aus zweitens unseren Gedanken. Unsere Gedanken können wir steuern. Viktor Frankl, ein sehr wichtiger Psychologe, der im KZ war und es überlebt hat, hat sich jeden Tag dazu gezwungen, eine bewusste Reaktion und bewusste Gedanken und bewusste Urteile über das Äußere zu treffen. Heißt, er hat nicht akzeptiert, dass er sich schlecht fühlt, nur weil andere Leute etwas Negatives gemacht haben. Er war im KZ wirklich die menschenunwürdigsten Zustände, aber er hat gesagt, dass seine Reaktionen, dass seine Gefühle und seine Gedanken nicht von den äußeren Dingen abhängen, sondern er hat seine eigene Reaktion auf die Dinge im Außen immer neu gewählt. Ich werde euch gleich ein paar praktische Beispiele nennen, wie ihr das im Alltag anwenden könnt und eine große Herausforderung, die ich in letzter Zeit hatte und mit diesem Konzept gemeistert habe. Und dann drittens unsere Handlungen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wir können zwar nicht kontrollieren, wie gut die Note in der Klausur wird, aber wir können unsere Handlungen, also wie viel wir dafür lernen oder wie tief wir in die Thematik einsteigen oder auf welchen Arten und Weisen wir lernen, das können wir beeinflussen. Wir können nicht beeinflussen, dass der Zug zu spät kommt oder dass er pünktlich kommt, aber wir können beeinflussen, wie wir darauf reagieren, sowohl auf gedanklicher Ebene, wie wir es bewerten, als auch auf Ebene der Handlungen, dass wir uns einfach dazu entscheiden, einfach schnell zu schauen, was ist die nächste Lösung, was ist der nächste Zug, wie kann ich es am besten lösen. Auch bei dem Vortrag ist es so, wir können im Endeffekt nicht davon ausgehen, dass alle Leute unseren Vortrag gut finden werden, das können wir nicht kontrollieren. Aber wir können kontrollieren, wie gut wir uns darauf vorbereiten, wie gut wir an unserer Körpersprache, an unserer Rhetorik und so weiter arbeiten. Und das sind die Faktoren, die wir verändern können. Die Gedanken, die Gefühle und natürlich die Handlung. Und neben diesem großen Grundkonzept gibt es noch einen zweiten Faktor, um die Gelassenheit in deinem Alltag einzubauen. Denn dieses Grundkonzept musst du nicht nur verstanden haben, sondern du musst es auch durch Übung immer wieder umsetzen. Denn auch wenn du es jetzt kognitiv quasi verstanden hast, falls es morgen eine herausfordernde Situation im Leben gibt, dein Zug kommt zu spät, andere Leute beleidigen dich, irgendeine negative Situation, dann musst du dich dazu bringen, dieses Konzept nicht nur verstanden zu haben, sondern es auch umzusetzen. Und das ist einfach eine Frage der Übung. Je mehr wir uns diese übertriebenen Reaktionen auf Dinge im Außen antrainiert haben, schon unser ganzes Leben lang meist, desto schwieriger wird es natürlich auch. Wenn wir uns aber dazu disziplinieren, unsere Reaktion, unsere Bewertung, unsere Gefühle, Gedanken und unsere Handlung immer danach auszurichten, was in unserer Situation jetzt das Beste für uns ist, dann könnt ihr auch diese Gelassenheit in eurem Leben einbauen. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel aus meinem Alltag. Es ist am Dienstag passiert. Es ist einfach alles schiefgelaufen, was hätte schieflaufen können. Und trotzdem konnte ich quasi gelassen bleiben, weil ich einfach diese theoretische Philosophie der Stoiker auch praktisch angewendet habe. Überlegt euch mal, wie ihr das für euren eigenen Alltag anwenden könntet. Die Situation war die, ich hatte einen wichtigen Termin, bei dem ich auch hier was aufgenommen habe. Wird auch was auf dem Kanal dazu kommen. Und dieser Termin war natürlich festgesetzt. Ich war an dem Tag schon relativ früh fertig und deswegen wollte ich einen früheren Zug nehmen. Es gab zwei Züge, die relativ gleich gefahren sind, so fast zur gleichen Zeit. Den ersten habe ich gerade nicht mehr bekommen. Bin dann auf das Gleis gegangen für den anderen und habe natürlich gewartet. Währenddessen habe ich gesehen, dass der andere Zug, der frühere von den beiden, doch kam und Verspätung hatte. Also ich hätte ihn zur normalen Zeit zwar nicht bekommen, aber er hatte Verspätung. Und dann sehe ich ihn auf dem anderen Gleis und denke, verdammt, den hätte ich bekommen können, wenn ich auf das richtige Gleis gegangen wäre oder einfach geguckt hätte auf der App. Problem, daran kann ich nichts ändern. Also bringt es mir jetzt auch nichts, mich darüber aufzuregen. Trotzdem, diese erste innere Reaktion ist hochgekommen, aber trotzdem konnte ich mich quasi regulieren und sagen, okay, bringt jetzt nichts, sich darüber aufzuregen. Wie kann ich meine Reaktionen und natürlich auch meine Handlungen ausrichten? Ganz einfach, ich nehme den nächsten Zug. Der ist ausgefallen. Okay, bisschen problematisch. Dann kann ich wohl keinen von den früheren Zügen nehmen. Was kann ich jetzt machen? Ich bin trotzdem gelassen geblieben. Was kann ich jetzt als sinnvollstes machen? Habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt sowieso keinen der früheren Züge bekomme, gehe ich halt was essen. Bin was essen gegangen, dann wieder zum Gleis gegangen. Der Zug, den ich nehmen konnte, um pünktlich zu kommen, hatte dann 5 Minuten Verspätung. Dann 25 Minuten Verspätung. Das war schon so ein bisschen problematisch und ich habe den Leuten, mit denen ich den Termin hatte, dann direkt geschrieben, welche Handlung kann ich machen, um das Positivste daraus zu machen. Habe ich denen geschrieben, okay, ich werde ein paar Minuten später kommen. Ich kann da sowieso nichts dran ändern, aber ich habe es denen wenigstens mitgeteilt. 25 Minuten Verspätung war dann aber nicht alles. Der Zug ist dann komplett ausgefallen. Innerlich kam so diese erste Reaktion wieder auf, aber ich habe mich dazu gebracht, trotzdem ruhig zu bleiben. Überlegt, was kann ich jetzt machen? Okay, den nächsten Zug nehmen. Den nächsten Zug habe ich genommen, der kam sogar tatsächlich pünktlich. Und was ist dann passiert? Ich musste einmal umsteigen und habe mein Stativ für die Kamera, das ich mitnehmen musste, weil wir einen Drehtag hatten, habe ich vergessen im anderen Zug. Ich sah den Zug noch, aber ich war ja schon im anderen Zug und der ist dann gerade abgefahren. Ich hätte mich aufregen können, aber trotzdem habe ich mich dazu gebracht, zu sagen, hey, bringt jetzt nichts, sich hier aufzuregen, sondern ganz ruhig bleiben. Das war in dem Fall mein eigenes Verschulden, das andere war vielleicht jetzt eher von der Bahn, aber ist jetzt völlig egal. Daran kann ich nichts mehr ändern. Was kann ich denn jetzt machen? Also, schnell rausgeschaut, wo ich ein Stativ herbekomme. Dann direkt ein Stativ geholt, dann hingefahren. Auch da gab es noch eine kleine Komplikation, aber insgesamt hat es dann geklappt. Es war zwar mit etwas Verspätung, weil ich es aber klar kommuniziert habe und mich nicht selbst dazu aufgeregt habe, sondern die Handlungen gemacht habe und die Entscheidungen getroffen habe, die mich einfach konstruktiv hier weiterbringen, konnte ich in der Situation ruhig bleiben und trotzdem den Tag dann auch sehr produktiv verwenden. Also, es war im Endeffekt ein sehr guter Tag, aber es gab sehr viele Herausforderungen im Endeffekt und genau so müsst ihr es auch in eurem eigenen Leben sehen. Seht es so, dass die Dinge im Außen, wenn jemand anderes was Bescheuertes zu euch sagt, wenn ein Zug zu spät kommt, wenn irgendjemand was macht, was euch richtig aufregt, dass es quasi eine Herausforderung für euch ist, eure eigene Gelassenheit zu trainieren, euren Gelassenheitsmuskel zu trainieren und dieses Konzept, kontrolliere, was du kontrollieren kannst und akzeptiere, was du nicht kontrollieren kannst, das immer wieder anzuwenden. Und je öfter du das machst, desto einfacher wird es dir auch fallen, das beim nächsten Mal anzuwenden. Das dann auch bei einer größeren Herausforderung. Wichtig ist auch zu sehen, dass wenn du es mal nicht geschafft hast, dass du dich dann danach nicht dafür runter machst. Verdammt, der hätte dich doch ruhig bleiben können. Weil das ist auch wieder eine Sache, die ist in der Vergangenheit, die kannst du nicht ändern. Du kannst nur deine Interpretation ändern. Du kannst dann beispielsweise sagen, okay, ich habe daraus jetzt gelernt und möchte beim nächsten Mal, in der nächsten Situation, einfach anders reagieren. Ein sehr profundes und tiefgehendes Konzept, das man aber erst durch Übungen in seinen eigenen Alltag integrieren kann. Ich hoffe, du konntest einiges für deinen Alltag dort mitnehmen. Schreib auch gerne mal in die Kommentare rein, wo du schon Situationen hattest, bei denen du nicht gelassen warst, wo du einfach wütend wurdest und wo du dieses Konzept gebraucht hättest, um es dann auch in der Situation parat zu haben und dann auch anzuwenden. Schreib es gerne mal unten in die Kommentare und wie vorhin schon gesagt, schau dir auch unbedingt die heutige Buchempfehlung der tägliche Stoiker und falls du Lust hast, auch noch das Tagebuch dazu an. Sehr, sehr empfehlenswert. Ist beides unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wie gesagt, das Video wurde, das Thema des Videos, wurde aufgrund einer Umfrage bei Instagram gemacht. Heißt, schau dir gerne auch unten in der Videobeschreibung mein Instagram-Profil an. Vor allem die Storys werden jetzt demnächst öfter verwendet. Also viel Spaß mit den ganzen Sachen. Falls du jetzt Lust auf dem Redefabrik Campus hast, dann kannst du gerne hier oben klicken und mal informieren, was das alles ist. Hier kannst du den Kanal abonnieren und hier gibt es noch zwei andere Videos. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg.